Hm. Was sind das denn für Leute? Ross, da draußen wird es echt ungemütlich. Alles klar, ihr da. Chamäleon, ihr kennt das alles schon. Geht zur ersten Runde raus und macht die Leute glücklich. Kein Problem. Das wird einfach. Okay, wenn ihr an der Reihe seid, rufe ich euren Namen und ihr betretet die Arena durch dieselbe Tür wie unser Freund Chamäleon eben. In der Arena selbst kämpft ihr gegen Gegner aus ganz Albion. Cool. Für jede Gruppe Kreaturen, die ihr besiegt, erhaltet ihr Preisgeld und es steigt in der nächsten Runde. Ziel ist, so lange wie möglich durchzuhalten, um viel Gold zu verdienen. Ihr könnt jederzeit wiederkommen, um zu schlafen oder Tränke und Ausrüstung zu kaufen. Aber wenn ihr das macht, ist euer Preis für die nächste Runde null. Schlimmer noch, die Menge wird euch für einen Weichling halten. Wahre Helden, gehen raus und bleiben da. Ob ihr ausruht oder nicht, der Arena Bonuspreis, den Messerjack persönlich vergibt, geht an den, der jede einzelne Runde überlebt. Also geht raus, nutzt eure Fertigkeiten. Seht zu, dass ihr der Menge gefällt. Wenn ihr sterben müsst, sterbt tapfer. Die anderen warten, bis sie dran sind. Okay, alles klar Leute, das ging jetzt schon über die Zeit. Muss ich wohl doch noch so ein Teil machen. Zack, 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 zack. Noch mal ein bisschen Training machen, wa? Zack, 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 zack. Fledder, fledder. Okay. Na, Verkäufer. Ihr seid hier genau richtig. Äh, wow, Kleidung kann man hier auch kaufen. Cool. Aber, ich will keine Kleidung tränke. Oh, wow, ziemlich billig. So, hab zwar kaum mehr Geld, aber... Nach dem ganzen Kram hier hab ich eine Menge, ziemlich große Menge an Kohle. So, ähm... Ich glaub, wir müssen jetzt warten, bis die fertig sind, da alle. Ah, hallo. Ihr brennt bestimmt darauf, da raus zu gehen, ja? Die Ersten draußen kommen als Erste wieder rein. In Stücken. Ich hab Chameleon kämpfen gesehen, glaubt mir. Der hält nicht sehr lange durch. Und du doch, oder was? Seht ihr nicht, dass ich meditiere? Nicht wirklich, nö. Ich könnte der Nächste sein. Ich muss mich vorbereiten. Okay. Ich möchte ein Bier bitten. Ein Bier. Wer ist das denn? Entschuldigt, dass ich euch nicht vorstelle. Das Stadion ist voll. Die wollen Taten sehen. Ich bin Ross. Ich kümmere mich um alles hinter den Kulissen. Wenn ihr einen Rat zu den Arena-Kämpfen braucht, dann sprecht mit mir. Einen Rat brauche ich nicht. Hä? Warum Räuber zuerst? Ich wollen töten. Und du bist was für ein Ding? Ich flick. Ich trainieren seit ich Kind. Nö, ernsthaft. Ich in Arena gewinnen und Lady Grey heiraten. Ich mögen Lady Grey. Lady Grey dich aber nicht. Vollidiot. Ähm. Na, ich glaube, ich kann jetzt einfach nur... Ach, ja. Es geht weiter. Äh, Ross? Schlechte Nachrichten. Chamäleon ist, äh, tot. Was? Schon? Der Idiot. Genau, Leute. Anscheinend hat Chamäleon nur drei Runden durchgehalten. Bis er vor 5000 Leuten wie ein Lämpchen starb. Wir brauchen einen neuen Freiwilligen. Neuling, ihr seht bereit aus. Los! Bin ich aber nicht. Ihr seid mit Alda am Tor. Er lässt euch in die Arena. Okay. Äh, Leute. Ich bin gleich wieder da. Das ist, ihr seid unten... Ja, Leute. Es geht weiter. Äh, ich hab ja... ne... Pause gemacht und... jetzt wiederholt sich das. Äh, Ross? Schlechte Nachrichten. Chamäleon ist, äh... tot. Ja, toll, äh... Halt mal, halt mal. Scheiße, halt mal. Spielt Blackjack. Tränke, zumal ein netter Kerl zu sein. Äh, ich hab mir vorher noch ein paar Tränke gekauft. Deswegen ist mein ganzes Geld jetzt schon draufgegangen. Oh, wartet ihr denn noch? Besuch den Wächter und geht in die Arena. Jojo, also... Aber dafür hab ich jetzt zig Tränke, die ich benutzen kann. Äh, nein, das ist der Ausgang. Boah, was zum... Vielleicht mit dem Wächter und geht da raus. Zeit ist Geld. Spielt Blackjack. Zeit ist Geld, Geld ist Zeit. Ich bewache die Ausgangstür aus der Arena. So ist es recht. Boah, ich hätte jetzt fast Nein gedrückt. Ja, also muss ich doch da lachen. Da, ich hab 859 nur noch. Verdammt wenig, aber, naja. Ja, jetzt kann ich euch reinlassen. Seid ihr be... Immer doch. Ah, Runde 1. Die sagen immer, in der bekommen sie den größten Kick. Haha, der war echt gut, Elf. Kick. Witzig. Ich lach mich tot. Meine Damen und Herren, zu eurer Erbauung präsentiere ich Avatar. Der kommt für Quests wie Obstfarm und Bezwinger von Ex-Helds Zwillingskling. Obstfarm, oh yes. Dieses hoffnungsvolle Jungtalent ist, wie alle anderen Herausforderer auch, auf den von Messerjack selbst präsentierten Preis aus. Krasse Fans. Liebt mich, Leute. Liebt mich. Und wir starten die erste Runde. Ein alter Arena-Favorit. Der Wespenstarm. Der mit Leichtigkeit krepieren wird. Oh, nur so wenige. Ach komm, ein Schlag und die Viecher sind weg. Was wird denn das? Das ist doch luschig. Drei, zwei, eins, los. Drei, zwei, eins, los. Jo, jo, langsam Wind. Okay, nein, immer noch leicht. Drei, zwei, eins, fängt's heute noch an. Oder war's das schon? Der Kampf bringt 100 Gold ein. Die nächste Runde ist 500 Gold wert. Nächste Runde. Er mag neu in der Arena sein. Aber die erste Runde hat er geschafft. Oh, wie die Leute uns lieben. Mal sehen, wie es ihn in der zweiten Runde ergeht. Ein Publikumsliebling wartet. Die trausamen, stinkenden Hops. Ah, die werden krepieren. Zwei, eins, los. Was hab ich da aufgesammelt? Ich hab nicht gesehen, was ich da aufgesammelt hab. Drei, zwei, eins, los. Ah, leckt mich doch. Ja, ich will den Zauber machen, verdammt. Ist jetzt sowieso egal. Jetzt sind die fast tot. Ah, ihr scheiß Zauber, Hops, Viecher, Dinger. Geht mir mächtig auf die Nerven. Und du, kleiner Peter. Drei, zwei, eins, los. Mann. Halt mal. Zack. Egal, egal, egal. Ah, du Arschgeige. Du Missgeburt. Ah. Krepier, du Scheißkackvieh. Drei, zwei, eins. Ja, heut noch. Los. Von mir aus können die die auch am laufenden Band senden. Ich fiel sowieso alles weg hier. Ah, krepier, du Missgeburt. Ich fiel sowieso alles weg, ich fiel sowieso. Oh. Vielen Dank.